Was verursacht Knieschwellung? Schwellungen des Knies werden am häufigsten durch Blut oder Flüssigkeit im oder um das Kniegelenk verursacht. Ansammlungen der Flüssigkeiten werden in der Regel durch Verletzungen verursacht. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Schwellung im Knie plötzlich auftritt. Neben Verletzungen können Erkrankungen wie Arthritis und Gicht auch zu einer Schwellung des Knies führen. Es gibt vier Hauptbänder, die mit dem Kniegelenk verbunden sind. Und eines, das am anfälligsten für Verletzungen oder Risse ist, wird als Vorderas Kreuzband bezeichnet. ACL-Tränen sind oft sportbedingt, können aber bei vielen anderen Aktivitäten erhalten bleiben. Meistens wird dieses Bändchen gerissen, wenn beim Springen oder Schwenken zu viel Druck auf das Knie ausgeübt wird. Die Schwellung des Knies durch ACL-Tränen ist in der Regel sehr plötzlich und wird durch Blutrauschen in die Innenseite des Knies verursacht. In einigen Fällen sind ACL-Risse so schwerwiegend, dass eine rekonstruktive Operation erforderlich ist. Bei kleinen Rissen heilt das Knie jedoch häufig innerhalb weniger Monate von selbst aus. In vielen Fällen können Bandverstauchungen auch zu Schwellungen im und um das Knie führen. Verstauchungen sind im Allgemeinen nicht so schwerwiegend wie Tränen und erfordern normalerweise keine Operation. Die meisten Verstauchungen sind, obwohl sehr schmerzhaft, innerhalb weniger Wochen vollständig geheilt. Anders als bei ACL-Tränen kann es bei Verstauchungen mehrere Stunden oder sogar Tage dauern, bis eine Schwellung auftritt, und die Flüssigkeitsansammlung im Knie ist normalerweise nicht blutig. Arthritis ist eine Erkrankung, die ein oder beide Knie betreffen kann und in der Regel mit Schmerzen, Steifheit und Schwellung einhergeht. Dies liegt daran, dass Arthritis häufig Flüssigkeit in und um die Gelenke ansammelt. Menschen, die an Knie-Arthritis leiden, haben normalerweise Symptome, die kommen und gehen. In vielen Fällen scheint die Menge an Schwellung auch dem Aktivitätsniveau des Arthritis-Patienten zu entsprechen. Wenn sie sehr aktiv waren, können sie mehr Schwellungen sehen. Menschen, die an Gicht leiden, entwickeln häufig Ablagerungen von kristallisierter Harnsäure in ihren Knien, und diese Ablagerungen verursachen häufig eine Schwellung der Knie. Harnsäure ist eine Verbindung, die der Körper produziert, um die Verdauung zu unterstützen, und wird normalerweise zusammen mit dem Körperabfall entfernt. Menschen mit Gicht können ihre Körper jedoch nicht von der Säure befreien, stattdessen sammelt sich die Säure in ihren Gelenken an. Die Knischwellung wird meist mit nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten wie Ibuprofen und Aspirin behandelt. Wenn diese Medikamente die Schwellung nicht verringern, muss der Patient möglicherweise Steroide direkt in das Knie injizieren. In den meisten Fällen wird den Patienten empfohlen, das Knie so wenig wie möglich zu verwenden, bis die Schwellung zurückgegangen ist.